Also zunächst einmal, wenn man genau hinschaut, gebe ich ihm oder dir Recht, weil wir haben an vielen Stellen im Grunde genommen immer noch eine Vorstellung und wenn wir sie prüfen mit der Realität, sieht sie anders aus. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir sind alle sehr stolz auf die europäischen Werte, weil wir das Gefühl haben, diese Werte stehen ein für soziale Gerechtigkeit, für eine gewisse Gleichheit, für Freiheit und wenn wir uns dann mal genauer anschauen, was zum Teil sogar in Europa los ist, ich nehme mal das Beispiel der Flüchtlinge auf Lesbos, dann muss man sich schämen als Europäer, weil man sagt, hey, wir haben doch eigentlich Werte und das, was da passiert, widerspricht den Werten. Es geht aber weit darüber hinaus. Es ist so, dass wir als Europäer für bestimmte Werte eintreten und oft dabei einen blinden Fleck haben, wenn es darum geht, diese Werte auch global zu leben. Also konkretes Beispiel, du kannst in Europa so ein T-Shirt kaufen, aber wenn man sich genauer anschaut, wie ist dieses T-Shirt hergestellt worden, was ist der ökologische Fußabdruck, was sind die Sozialbedingungen, wie toxisch sind die Farben und wo und wie wurden die womöglich entsorgt, dann merken wir, dass da eine Menge auch da ist, was nicht sich mit den Werten deckt. Und ich glaube, es ist so langsam an der Zeit, dass wir genau hinschauen, dass wir nicht hier so tun, als hätten wir ganz tolle Werte. Und ein Teil unseres Wohlstandes beruht aber darauf, dass in anderen Ländern Ökonomien funktionieren, bei denen genau diese Werte, die wir so wichtig empfinden, fast mit Füßen getreten werden. Sondern da geht es darum, auch dieses Stück Wahrhaftigkeit reinzusetzen. Denn die europäischen Werte kann man immer so oder so lesen. Also, wenn man sich geschichtlich mal die Kolonien anschaut, dann weiß ich nicht, ob die europäischen Werte so toll waren aus der Perspektive Lateinamerikas oder Indiens. Weil da waren die Europäer zuerst einmal die Kolonialisten für viele Jahrzehnte. Und ich glaube, da geht es darum, noch einmal diese Werte neu zu denken. Und wirklich zu sagen, wenn wir es ernst meinen mit europäischen Werten, dann sind das nicht Werte, die nur sozusagen in unserem kleinen Quadrat gelten dürfen, sondern die mit alledem zu tun haben, was wir auch als Europa bezeichnen. Und dazu gehören zum Beispiel auch wirtschaftliche Ströme.